Der Mann mit den Uhren Von Sir Arthur Conan Doyle Viele Leser können sich sicher noch an die außergewöhnlichen Umstände des Rugby-Mysteriums erinnern, über die die Tagespresse im Frühjahr 1892 ausführlich berichtete. Während dieser Zeit, in der kaum über ein besonderes Ereignis zu berichten war, fand der Fall vielleicht mehr Beachtung, als er verdiente. Aber genau diese Mischung aus Wunderlichkeit und Tragik hat schon immer die Fantasie des Publikums angeregt. Erst nach mehreren Wochen ergebensloser Untersuchungen, die zu keiner abschließenden Klärung der Vorkommnisse führten, nahm das Interesse ab. Die Tragödie wurde zu einem düsteren Kapitel im Verzeichnis der ungelösten Fälle. Ein Brief jüngeren Datums, dessen Glaubwürdigkeit außer Frage steht, konnte die meisten ungeklärten Fragen beantworten. Bevor ich darauf eingehe, will ich zunächst einmal die Fakten zusammenfassen, die den Fall so bemerkenswert machen. Um 17 Uhr am 18. März des betreffenden Jahres verließ ein Zug die Station Eusten in Richtung Manchester. Es war ein stürmischer und regnerischer Tag, und der Wind schien an Stärke noch zunehmen zu wollen. Bei diesem Wetter würde sicher niemand reisen, es sei denn, er wäre dazu gezwungen. Der Zug war bei Geschäftsleuten aus Manchester sehr beliebt, denn er schaffte die Strecke in nur vier Stunden zwanzig Minuten und hielt dabei nur an drei Stationen. Trotz des unfreundlichen Wetters war der Zug einigermaßen voll. Der Zugbegleiter war ein bewährter Mitarbeiter der Gesellschaft, für die er bereits 25 Jahre tätig war, ohne dass es Probleme oder Beschwerden gab. Sein Name war John Palmer. Die Stationsuhr sprang auf 17 Uhr, und der Zugbegleiter wollte gerade dem Lokführer das Zeichen zur Abfahrt geben, als er zwei verspätete Passagiere sah, die über dem Bahnsteig eilten. Der eine war ein ungewöhnlich großer Mann, dessen schwarzer Überzieher mit Kragen und Manschette aus Schafspelz besetzt waren. Wie ich bereits erwähnt habe, das Wetter war an diesem Abend unerfreulich, und der Mann hatte den hohen, warmen Kragen hochgeschlagen, um seinen Hals vor dem beißenden Wind zu schützen. Der Zugbegleiter hatte ihn nur flüchtig betrachtet. Seiner Aussage nach handelte es sich um einen rüstigen Mann zwischen 50 und 60. In einer Hand trug er eine braune, lederne Gladstone-Tasche. Seine Begleiterin war eine große und stramme Dame mit sehr energischem Schritt. Sie trug einen rehbraunen Staubmantel, einen schwarzen, eng sitzenden Hut und einen dunklen Schleier, der den größten Teil ihres Gesichts verdeckte. Man hätte die beiden gut für Vater und Tochter halten können. Sie gingen rasch am Zug entlang und sahen durch jedes Fenster, bis John Palmer sie einholte. »Beilen Sie sich, wir wollen abfahren«, sagte er. »Erster Klasse«, antwortete der Mann. Der Zugbegleiter öffnete die nächste Tür. In dem Abteil, das er geöffnet hatte, saß ein kleiner Mann mit einer Zigarre im Mund. Sein Aussehen hatte sich fest im Gedächtnis des Zugbegleites eingeprägt. Er hatte später keine Probleme, ihn zu beschreiben oder zu identifizieren. Es war ein Mann von 34 oder 35 Jahren, in grauem Stoff gekleidet, mit spitzer Nase. Sein waches, rötliches und wettergegerbtes Gesicht war von einem schwarzen, kurz geschnittenen Bart gesäumt. Er sah auf, als die Tür geöffnet wurde. Der große Mann hatte den Fuß schon auf dem Tritt und blieb stehen. »Dies ist ein Raucherabteil und die Dame mag keinen Rauch«, sagte er, sich zum Zugbegleiter umwendend. »In Ordnung, bitte sehr, mein Herr«, sagte dieser. Er warf die Tür des Raucherabteils zu, öffnete das nächste Abteil, welches leer war, und schob die beiden Reisenden hinein. Unmittelbar darauf blies er in seine Pfeife, gab damit das Signal zur Abfahrt, und der Zug setzte sich in Bewegung. Der Mann mit der Zigarre erschien am Fenster seines Abteils und sagte etwas zu Palmer, aber dieser konnte es wegen des Lärms, den der abfahrende Zug verursachte, nicht verstehen. Als der Waggon für den Aufseher an ihm vorüberrollte, sprang Palmer hinein und dachte nicht mehr an den Vorfall. Zwölf Minuten nach der Abfahrt des Zuges hielt der Zug kurz in Willis den Junction an. Eine Untersuchung der Fahrscheine ergab, dass hier kein Passagier den Zug bestiegen oder verlassen hatte. Niemand wurde auf den Bahnsteig gesehen. Um 17.14 Uhr wurde die Reise nach Manchester fortgesetzt. Um 18.50 Uhr erreichte der Zug mit fünf Minuten Verspätung Rugby. In Rugby bemerkten die Stationsbediensteten, dass die Tür zu einem Erster-Klasse-Abteil geöffnet war. Die Untersuchungen desselben und des benachbarten Abteils enthüllten ein bemerkenswertes Ereignis. Das Raucherabteil, in dem der kleine, rotgesichtige Mann mit dem schwarzen Bart gesehen wurde, war nun leer. Abgesehen von einer halbgerauchten Zigarre gab es keine Spur von dem Insassen. Die Tür zu diesem Abteil war geschlossen. Im nächsten Abteil, welches die Aufmerksamkeit ursprünglich auf sich gezogen hatte, gab es keine Anzeichen mehr von dem Herrn mit dem Schaffellkragen oder der jungen Dame. Alle drei Passagiere waren verschwunden. Stattdessen fand man auf dem Boden des Abteils einen jungen, modisch gekleideten Mann mit eleganter Erscheinung. Er lag dort mit angezogenen Knien, sein Kopf lehnte an der Tür auf der gegenüberliegenden Seite und die Arme lagen auf den Sitzen. Eine Kugel war in sein Herz eingedrungen und hatte seinen sofortigen Tod verursacht. Niemand hatte ihn beim Einsteigen gesehen und er hatte auch keinen Fahrschein in der Tasche. Man fand nichts an ihm, was bei seiner Identifizierung helfen konnte. Kein Kennzeichen an seiner Kleidung, keine Papiere oder persönlicher Besitz. Wo er herkam, wann er eintraf und wie er sein Ende fand, waren genauso große Rätsel wie das Verschwinden der drei Passagiere, die sich noch eineinhalb Stunden zuvor in den beiden Abteilen befunden hatten. Wie erwähnt, fand man nichts, was bei seiner Identifizierung hilfreich sein konnte. Aber es gab eine Besonderheit bei dem jungen Unbekannten, über die nachfolgend viel spekuliert wurde. In seinen Taschen fand man nicht weniger als sechs wertvolle goldene Uhren. Drei davon befanden sich in verschiedenen Taschen seiner Weste, eine in der Brusttasche, eine in der Kartentasche, und eine weitere, kleine, war mit einem Lederband an seinem linken Handgelenk befestigt. Die offensichtlichste Erklärung, dass es sich um einen Taschendieb handelte und die Uhren seine Beute wehren, wurden dadurch entkräftet, dass alle Uhren amerikanische Fabrikate waren, die sehr selten in England sind. Drei von ihnen trugen den Stempel der Rochester Watchmaking Company. Eine war von Mason in Elmira, eine weitere ohne Kennzeichen, und die kleine, die reich mit Ornamenten geschmückt und vielen Edelsteilen besetzt war, von Tiffany in New York. Weiterhin hatte er ein Elfenbeinmesser mit Korkenzieher von Rogers aus Sheffield, einen kleinen, runden Spiegel mit einem Durchmesser von etwa einem Zoll, eine Wiedereinlasskarte für das Lyceum-Theater, eine silberne Schachtel mit Streichhölzern, ein braunes Zigarren-Etui mit zwei Cherodes, sowie zwei Pfund und 14 Schilling in barweisig. Ein Raub lag hier eindeutig nicht vor. Wie ich bereits erwähnte, es gab keine Markung einer Wäscherei oder ein Etikett eines Schneiders in seiner Kleidung, die recht neu zu sein schien. Seine Erscheinung war jung, mit weichen, zarten Zügen. Einer seiner Schneidezähne war unübersehbar mit Gold gefüllt. Unmittelbar nachdem man die Tragödie entdeckte, wurden die Fahrscheine der Passagiere mit deren Anzahl verglichen. Nur drei Fahrscheine wurden hierbei nicht registriert. Das passte zu den drei Reisenden, die vermisst wurden. Danach wurde dem Zug die Weiterfahrt mit einem anderen Zugbegleiter gestattet. John Palmer blieb in Rugby, um als Zeuge vernommen zu werden. Der Wagen mit den beiden fraglichen Abteilen wurde abgekoppelt und auf ein Abstellgleis geschoben. Nach dem Eintreffen von Inspektor Vane von Scotland Yard und Mr. Henderson, einem Detektiv im Dienst der Eisenbahngesellschaft, wurde eine umfassende Untersuchung aller Umstände eingeleitet. Dass ein Verbrechen vorlag, war sicher. Die Kugel, die scheinbar aus einer kleinen Handfeuerwaffe stammte, wurde nicht aus nächster Nähe abgefeuert, sodass keine Verbrennungsrückstände auf der Kleidung zu finden waren. Eine Waffe wurde in dem Abteil nicht gefunden, ein weiteres Indiz, dass kein Selbstmord vorlag. Auch von der braunen Ledertasche, die der Zugbegleiter in Händen des großen Herrn gesehen hatte, fehlte jede Spur. Man fand nach dem Sonnenschirm einer Dame in der Gepäckablage, ansonsten gab es keine Schwuren von den Reisenden in beiden Abteilen. Die Frage, wie die drei Reisenden, darunter eine Dame, während der ununterbrochenen Fahrt aus dem Zug verschwinden konnten und wie ein anderer in den Zug gelangen konnte, war in der Öffentlichkeit von höchstem Interesse und Gegenstand von vielen Spekulationen in der Londoner Presse. John Palmer konnte die Untersuchung mit einigen Hinweisen voranbringen. Er sagte uns, dass auf der Strecke zwischen Tring und Chaddington an einer Stelle Reparaturen an der Strecke vorgenommen worden waren. Der Zug war daher gezwungen, seine Geschwindigkeit für ein paar Minuten auf acht bis zehn Meilen pro Stunde zu reduzieren. An dieser Stelle schien es für einen Mann oder eine sportliche Frau möglich, den Zug zu verlassen, ohne ernsthafte Blessuren davonzutragen. Zu dieser Zeit befand sich eine Gruppe von Streckenarbeitern vor Ort, aber diese hatten nichts gesehen. Üblicherweise standen die Arbeiter in der Mitte zwischen den Gleisen und die offene Waggontür befand sich auf der anderen Seite. Daher war es vorstellbar, dass jemand ungesehen verschwunden war, zumal die Abenddämmerung bereits eingesetzt hatte. Weiterhin wäre jeder, der absprang, sofort durch die steile Böschung aus dem Gesichtsfeld der Streckenarbeiter verschwunden. Der Zugbegleiter berichtete weiterhin, dass auf dem Bahnstein in Williston Junction viel Betrieb war, obwohl er sicher war, dass hier niemand ein- oder ausgestiegen war, sei es durchaus denkbar, dass jemand unbemerkt von einem Abteil in ein anderes gegangen sei. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Herr sich in ein Nichtraucherabteil begab, nachdem er seine Zigarre fertig geraucht hatte. Angenommen, der Herr mit dem schwarzen Bart hätte dies getan, die halbgerauchte Zigarre, die man fand, unterstützte diese Vermutung, dann wäre das nächstgelegene Abteil gerade dasjenige gewesen, in welches die beiden anderen Akteure des Dramas eingestiegen waren. Somit war für den ersten Akt der Angelegenheit eine recht wahrscheinliche Erklärung gefunden worden. Aber was im zweiten Akt geschah und wie der junge Mann in den Zug kam, dafür fanden weder der Zugbegleiter noch die erfahrenen Detektive auch nur den Ansatz einer Theorie. Eine sorgfältige Suche an der Strecke zwischen Williston und Rugby führte zu einer Entdeckung, die mit dem Fall zusammenhängen könnte. In der Nähe von Tring, gerade da, wo der Zug langsam fahren musste, fand man eine kleine, abgegriffene und schäbige Bibel am Fuße des Bahndamms. Sie war von der Bibelgesellschaft in London gedruckt worden und auf dem Vorsatz stand geschrieben Alle Eintragungen waren in der gleichen Handschrift. Dies war der einzige Hinweis, wenn man es so nennen konnte, den die Polizei fand. Die Feststellung des Leichenbeschauers, Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen, war das unbefriedigende Ende eines einmaligen Falls. Zeitungsinserate, Belohnungen und Befragungen stellten sich als fruchtlos heraus. Nichts konnte in Erfahrung gebracht werden, das als Grundlage für eine weitere, erfolgreiche Untersuchung hätte dienen können. Es wäre natürlich falsch anzunehmen, dass keine Theorien zu den Fakten des Falls geäußert wurden. Im Gegenteil. Die Presse in England und Amerika überschwemmte die Leserschaft mit Andeutungen und Vermutungen. Die meisten davon waren offensichtlich absurd. Die Tatsache, dass die Uhren amerikanischer Machart waren und einige Überlegungen im Zusammenhang mit der Goldplombe am Schneidezahn, schienen darauf hinzudeuten, dass es sich bei dem Toten um einen Amerikaner handelte, obwohl seine Kleidung und Stiefel zweifellos in England hergestellt worden waren. Einer Theorie zufolge habe er sich unter den Sitzen versteckt und einige dunkle Geheimnisse seiner Mitreisenden zu hören bekommen. Nach seiner Entdeckung habe man ihn deswegen ermordet. In Verbindung mit Binsenweisheiten wie die Gewalttätigkeit und Verschlagenheit von Anarchisten und anderen Geheimgesellschaften schien diese Theorie plausibler zu sein als manch andere. Der Umstand, dass er keinen Fahrschein hatte, passte zu den Verbergen unter dem Sitz und es war allgemein bekannt, dass Frauen in der nihilistischen Propaganda eine bedeutende Rolle spielten. Auf der anderen Seite ergab die Aussage des Zugbegleiters eindeutig, dass er sich schon vor dem Eintreffen der anderen versteckt haben musste. Es war sehr unwahrscheinlich, dass die Verschwörer ausgerechnet in das Abteil einstiegen, in dem der Spion versteckt war. Nebenbei, diese Theorie ignoriert den Mann im Raucherabteil vollkommen und erklärt nicht sein gleichzeitiges Verschwinden. Die Polizei hatte keine Schwierigkeiten aufzuzeigen, dass eine derartige Theorie nicht zu den Fakten passte. Aber auf der anderen Seite gab es auch keine andere Spur, der sie folgen konnten. In einer Tageszeitung wurde der Brief eines bekannten Kriminalermittlers veröffentlicht, der Anlass zu ernsthaften Diskussionen wurde. Er stellte eine Hypothese vor, deren Glaubwürdigkeit sie erwähnenswert macht. Das Beste ist, ich wiederhole hier seine eigenen Worte. Was auch immer geschehen ist, hier spielt das ungewöhnliche und seltene Zusammentreffen mehrerer Ereignisse eine entscheidende Rolle. Wir sollten nicht zögern, diese Erkenntnis bei der Erklärung zu berücksichtigen. Da es kaum Hinweise gibt, müssen wir die analytischen, wissenschaftlichen Ermittlungsmethoden aufgeben. Anstatt aus den bekannten Fakten Rückschlüsse auf die Ereignisse zu ziehen, müssen wir fantasierreiche Theorien aufstellen, die zu den bekannten Tatsachen passen. Diese Erklärungen sind dann beim Auftauchen neuer Erkenntnisse zu überprüfen. Mit jedem neuen Detail, das zu der Theorie genau passt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auf der richtigen Spur befinden, stark an. Am Ende sind die Erkenntnisse vollständig und überzeugend. Nun gibt es einen bemerkenswerten Umstand, dem bisher noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Es gibt eine Lokalbahn durch Harrow und Kings Langley, die laut Fahrplan in etwa zu dem Zeitpunkt von dem Eilzug überholt wurde, als dieser wegen der Baustelle zur Reduzierung seiner Geschwindigkeit gezwungen war. Die beiden Züge fuhren zu dieser Zeit mit etwa gleicher Geschwindigkeit nebeneinander in die gleiche Richtung. Jeder hat schon einmal erlebt, dass unter diesen Verhältnissen die Insassen eines Zuges die Passagiere in dem anderen Zug gut sehen können. Die Lampen des Eilzuges waren in Willestine angezündet worden und jedes Abteil war hell erleuchtet und somit für einen Beobachter von außen gut einsehbar. Nun zum Ablauf der Ereignisse, wie ich sie basierend auf dieser Erkenntnis rekonstruiert habe. Der junge Mann mit der ungewöhnlichen Anzahl von Uhren befand sich allein in einem Abteil des langsamen Zuges. Sein Fahrschein, seine Papiere, seine Handschuhe und andere Besitztümer lagen vermutlich auf dem Sitz neben ihm. Es war vermutlich ein Amerikaner mit wenig Verstand. Sein übermäßiger Hang zu Schmuck ist wohl ein Zeichen für eine bestimmte Art von Manie. Als er dort saß und auf der genannten Stelle die Waggons des anderen Zuges beobachtete, sah er auf einmal ein paar Leute, die er kannte. Für unsere Theorie wollen wir annehmen, dass es sich da war um eine Frau, die er liebte, und einen Mann, den er hasste und er ihn hasste, handelte. Der junge Mann war leicht zu begeistern und impulsiv. Er öffnete die Tür seines Abteils, trat auf das Trittbrett, sprang von dort auf das Trittbrett des Eilzuges, öffnete die Tür des Abteils und begegnete so den beiden Leuten. Das hört sich wesentlich gefährlicher an, als es eigentlich ist. Wir nehmen ja an, dass sich beide Züge mit nahezu gleicher Geschwindigkeit bewegten. Nachdem wir herausgefunden haben, wie und warum der junge Mann ohne Ticket in das Abteil mit der jungen Frau und dem älteren Herren gelangt sein könnte, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass es nun zu einem Gewaltausbruch kam. Es ist denkbar, dass es sich bei dem Paar auch um Amerikaner handelte. Diese Überlegung wird dadurch gestützt, dass der Mann eine Waffe bei sich trug, was für einen Briten unüblich ist. Berücksichtigen wir unsere Vermutung einer sich entwickelnden fixen Idee, dann hat der junge Mann den älteren überfallen. Während der Auseinandersetzung schoss der Ältere auf den Jungen und flüchtete zusammen mit der jungen Dame aus dem Zug. Wir müssen annehmen, dass dies alles sehr schnell geschah und dass der Zug immer noch sehr langsam fuhr. Also war es nicht schwierig, ihn zu verlassen. Eine junge Frau ist durchaus in der Lage, einen Zug zu verlassen, der mit acht Meilen pro Stunde fährt. Diese Frau hat es bewiesen. Nun müssen wir noch den Mann aus dem Raucherabteil berücksichtigen. Angenommen, wir haben den Ablauf der Tragödie bisher korrekt rekonstruiert, dann dürfen wir in Bezug auf ihn nichts finden, das unseren bisherigen Annahmen widerspricht. In meiner Theorie hat er den jungen Mann beim Wechseln des Zuges beobachtet, den Schuss gehört, gesehen, wie die beiden Flüchtlinge absprangen, erkannt, dass sie ein Mord vorlag und ist selbst abgesprungen, um die Flüchtigen zu verfolgen. Warum wir seitdem nichts mehr von ihm gehört haben, kann ich nicht erklären. Vielleicht fand er den Tod bei der Verfolgung, oder, was wahrscheinlicher ist, er hat beschlossen, sich besser nicht weiter in die Angelegenheit einzumischen. Ich erkenne an, dass meine Theorie noch ein paar Fragen aufwirft. Warum sollte ein flüchtender Mörder sich mit der braunen Ledertasche belasten? Meine Antwort ist, dass der Inhalt seine Identifizierung ermöglicht hätte, wäre sie gefunden worden, also musste er sie mitnehmen. Meine Theorie steht oder fällt mit einem anderen Punkt. Ich richtete eine dringende Anfrage an die Eisenbahngesellschaft, ob in der Lokalbahn durch Harrow und Kings Langley am 18. März ein herrenloser Fahrschein gefunden wurde. Wenn dies der Fall war, wird meine Theorie bestätigt. Falls nicht, kann meine Theorie immer noch richtig sein, denn es ist vorstellbar, dass er ohne Fahrschein reiste oder dieser einfach verloren ging. Die Antwort der Polizei und der Eisenbahngesellschaft auf diese durchdachte und plausible Hypothese war, erstens, es wurde kein derartiger Fahrschein gefunden, zweitens, der langsame Zug würde sich niemals parallel zum Eilzug bewegen und drittens, die Lokalbahn hielt gerade in Kings Langley, als der Eilzug mit 50 Meilen pro Stunde vorüberrauschte. So musste die einzige befriedigende Erklärung fallen gelassen werden und fünf Jahre vergingen, ohne dass neue Fakten zu dem Fall auftauchten. Nunmehr wird der Fall in einer Weise dargelegt, zu der alle bekannten Fakten passen und die als wahr angenommen werden muss. Die neuen Erkenntnisse kamen in einem Brief aus New York, der an denselben Kriminologen adressiert war, dessen Theorie ich soeben wiedergegeben habe. Der Brief wird hier vollständig wiedergegeben, ausgenommen sind nur die beiden ersten Absätze, die rein persönlicher Natur sind. Sie werden entschuldigen, dass ich keine Namen nennen will. Dafür gibt es heute weniger Gründe, als vor fünf Jahren, als Mutter noch lebte. Aber nach allem, was geschehen ist, will ich lieber unsere Spuren verwischen. Aber ich schulde ihnen eine Erklärung, denn, auch wenn ihre Hypothese falsch war, war ich doch mächtig beeindruckt von ihrer Genialität. Damit sie alles verstehen, muss ich ein wenig weiter ausholen. Meine Familie stammt aus Burks in England und wanderte in den frühen 50ern in die Staaten aus. Sie ließ sich in Rochester im Staate New York nieder, wo mein Vater einen großen Gemischtwarenladen eröffnete. Es gab nur zwei Söhne, mich, James, und meinen Bruder Edward. Ich war zehn Jahre älter als mein Bruder, und nachdem mein Vater starb, nahm ich den Platz als sein Vater ein, so wie sich das für einen älteren Bruder gehört. Er war ein aufgeweckter, munterer Junge und geradezu das schönste Wesen, das jemals gelebt hat. Aber er hatte immer eine Schwäche, die beständig wuchs, so wie ein Loch im Käse. Es gab nichts, was man tun konnte, um die Entwicklung aufzuhalten. Mutter sah das genau wie ich, aber sie fuhr fort, ihn zu verwöhnen. Sie konnte ihn mit seiner Art nichts verweigern. Ich tat alles, um ihn in eine andere Richtung zu lenken, und er hasste mich dafür. Er konnte immer seinen Kopf durchsetzen, und wir konnten nichts dagegen tun. Als er schließlich nach New York ging, verschlechterten sich die Dinge sehr schnell. Zunächst waren es nur kleinere Gaunereien, doch er wurde schnell zum Kriminellen, und nach nur einem oder zwei Jahren gehörte er zu den berüchtigsten Gaunern der Stadt. Er hatte sich mit Sparrow McCoy angefreundet, der der führende Trickbetrüger, Falschgeldschieber und Halunke der Stadt war. Sie betrieben auch Falschspielerei und verkehrten in einigen der besten Hotels der Stadt. Mein Bruder war ein hervorragender Schauspieler. Er hätte sich mit dieser Kunst einen ehrlichen Namen erwerben können, wenn er nur gewollt hätte. Er spielte die Rolle eines jungen Enländers aus gutem Hause, eines einfachen Burschen aus dem Westen oder eines College-Studenten, je nachdem, was Sparrow McCoy gerade brauchte. Dann verkleidete er sich eines Tages als Mädchen und spielte seine Rolle so perfekt, dass diese zum bevorzugten Köder bei ihren Aktivitäten wurde. Sie hatten Beziehungen bei Tammany und gingen geschickt mit der Polizei um, und so schien es, als könne ihnen niemand das Handwerk legen. Das war noch in den Tagen, bevor die Lexow Commission eingesetzt wurde, und mit ein wenig Geschick konnte man fast alles tun, was man wollte. Niemand hätte sie aufgehalten, wenn sie nur bei Kartenspielen in New York geblieben wären, aber sie kamen nach Rochester und fälschten einen Scheck. Es war mein Bruder, der die Tat beging, aber jeder wusste, dass Sparrow McCoy ihn dazu angestiftet hatte. Ich löste den Scheck ein, was mich eine Stange Geld kostete. Dann ging ich zu meinem Bruder, legte ihn auf den Tisch und schwor ihm, dass ich ihn strafrechtlich verfolgen würde, wenn er nicht das Land verließe. Zunächst lachte er mich einfach aus. Er sagte, ich könne ihn nicht strafrechtlich verfolgen lassen, ohne Mutter das Herz zu brechen, und das würde ich auf keinen Fall tun. Ich machte ihm klar, dass er das Herz unserer Mutter in jedem Fall gebrochen hatte und dass ich entschlossen war, ihn lieber in Rochester ins Gefängnis zu bringen, als ihn in einem New Yorker Hotel zu begegnen. So gab er schließlich nach und versprach, Sparrow McCoy nie wieder zu sehen, nach Europa abzureisen und sich jeder ehrlichen Betätigung zuzuwenden, die er mit meiner Hilfe finden könne. So brachte ich ihn direkt zu einem alten Freund der Familie, Joe Wilson, der Uhren aus Amerika exportierte. Es gelang ihm, die Vertretung für London zu erhalten. Die Stelle war mit einem kleinen Fixum und 15% Provision dotiert. Sein Auftreten und seine Manieren waren so gut, dass er den alten Mann sofort für sich einnahm, und innerhalb einer Woche wurde er mit einem vollen Musterkoffer nach London geschickt. Die Angelegenheit mit dem Scheck schien meinen Bruder eingeschüchtert zu haben, und er hatte die Chance, ein ehrliches Leben zu führen. Auch schien er sich die Abschiedsworte meiner Mutter zu Herzen genommen zu haben, denn sie war für ihn stets die beste aller Mütter und er der Nagel zu ihrem Sarg. Ich wusste, dass Sparrow McCoy großen Einfluss auf ihn ausüben konnte. Damit mein Bruder nicht wieder auf die schiefe Bahn geriet, war es erforderlich, jeglichen Kontakt zwischen den beiden zu unterbinden. Ich hatte einen Freund bei den New Yorker Detektiven, und mit seiner Hilfe konnte ich McCoy im Auge behalten. Es waren keine 14 Tage vergangen, als ich erfuhr, dass McCoy sich auf der Etroria nach England eingeschifft hatte. Ich war absolut sicher, dass er meinen Bruder erneut zu krummen Geschäften überreden wollte, also beschloss ich, ebenfalls nach England zu gehen und meinen Einfluss gegen McCoy geltend zu machen. Mir war klar, dass ich kaum eine Chance hatte, aber sowohl meine Mutter als auch ich hielten es für unsere Pflicht, es zu versuchen. Wir verbrachten die Nacht im Gebet, und sie übergab mir ihre eigene Bibel, die mein Vater ihr im alten Land am Hochzeitstag geschenkt hatte, sodass ich sie jederzeit auf dem Herzen tragen konnte. Ich war mit McCoy auf dem gleichen Dampfschiff und konnte ihm bei seinen kleinen Betrügereien während der Reise einen Strich durch die Rechnung machen, was mich ein wenig befriedigte. In der ersten Nacht ging ich in den Rauchersalon und fand ihn dort am Kartentisch. Bei ihm saß ein halbes Dutzend junger Leute, die ihre vollen Geldbeutel und hohlen Köpfe nach Europa schafften. Er war gerade dabei, mit der Ernte zu beginnen, und die wäre reich ausgefallen, wäre ich nicht gewesen. Meine Herren, ist Ihnen klar, mit wem Sie spielen? fragte ich. Was geht Sie das an? Gümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, sagte er zornig. Wer ist es denn? fragte einer der Burschen. Das ist Sparrow McCoy, der berüchtigste Fallspieler in den Staaten. Er griff sich eine Flasche und sprang auf, doch dann fiel ihm ein, dass das Schiff unter der Flagge des alten Landes fuhr, wo Recht und Ordnung durchgesetzt wurden. Gefängnis und Galgen warteten schon auf den Gewalttäter und Mörder, und auf dem Dampfer gab es keine Hintertür, durch die man entwischen konnte. Beweisen Sie das, sagte er. Das werde ich, war meine Antwort. Wenn Sie mal den rechten Ärmel hochkrempeln, werden wir den Beweis finden, oder ich fress ein Besen. Bei diesen Worten wurde er blass. Wie Sie sehen, kenne ich einige der Tricks, die er und andere Kartenbetrüger anwenden. Er hatte ein elastisches Band mit einer Klammer in Höhe des Handgelenks im Ärmel. Diese wurde dazu verwendet, um unerwünschte Karten zu entfernen, die dann durch andere aus einem anderen Versteck ersetzt wurden. Ich hatte damit gerechnet, dass die Vorrichtung da war, und so war es dann auch. Er verfluchte mich, schlich von dann und ward während der Reise nicht mehr gesehen. Diese Runde ging eindeutig an mich. Aber er sollte seine Rache bald bekommen. Jedes Mal, wenn es um den Einfluss auf meinen Bruder ging, gewann er. Edward war in den ersten Wochen in London sauber geblieben und konnte auch einige seiner amerikanischen Uhren verkaufen. Das änderte sich, als dieser Verbrecher ihm erneut begegnete. Ich tat mein Bestes, aber das war nicht genug. Bald hörte ich von einem Skandal in einem Hotel in der Northumblaland Avenue. Ein Reisender war von zwei verbündeten Fallspielern gerupft worden, und der Fall wurde von Scotland Yard untersucht. Ich las davon in der Abendausgabe einer Zeitung und war sofort überzeugt, dass mein Bruder und McCoy dahinter steckten. Ich eilte sogleich zu Edwards Unterkunft. Dort sagte man mir, dass er und ein großer Herr, offensichtlich McCoy, zusammen fortgegangen wären. Er hatte seine Unterkunft aufgegeben und all seine Sachen mitgenommen. Die Wirtin hatte noch gehört, wie sie dem Kutscher die Station Eusten als Ziel nannten und zufällig auch, wie der große Mann irgendetwas über Manchester sagte. Sie glaubte, das wäre ihr Ziel. Ein Blick auf den Fahrplan sagte mir, dass der wahrscheinlichste Zug um 17 Uhr abging. Es gab noch einen um 16.35 Uhr, den sie vielleicht auch hätten nehmen können, aber ich konnte nur noch den Zug um 17 Uhr nehmen. Weder auf der Station noch im Zug fand ich die Gesuchten, also glaubte ich, dass sie bereits um 16.35 Uhr abgefahren waren. Ich beschloss, ihnen nach Manchester zu folgen und sie dort in den Hotels zu suchen. Bei allem, was er unserer Mutter schuldete, konnte ein letzter Appell vielleicht doch noch zur Läuterung meines Bruders führen. Meine Nerven waren stark angespannt und ich zündete mir eine Zigarre an, um mich ein wenig zu beruhigen. In dem Augenblick, als der Zug die Station verlassen sollte, wurde die Tür zu meinem Abteil geöffnet. Und da waren sie, mein Bruder und McCoy auf dem Bahnsteig. Sie waren beide aus gutem Grund verkleidet, schließlich war die ganze Londoner Polizei hinter ihnen her. McCoy hatte seinen Schafpelzkragen ganz hochgeschlagen, sodass nur seine Augen und seine Nase zu sehen waren. Mein Bruder trug Frauenkleider mit einem Schleier, der den oberen Teil des Gesichts verdeckte. Natürlich konnte mich das nicht eine Sekunde lang täuschen, selbst wenn mir nicht bekannt gewesen wäre, dass er eine derartige Verkleidung schon öfter benutzt hatte. Ich stand auf und in diesem Augenblick erkannte mich McCoy. Er sagte etwas zum Zugbegleiter. Die Tür wurde zugeschlagen und die beiden ins nächste Abteil geführt. Ich versuchte, ihnen zu folgen, aber in diesem Augenblick setzte sich der Zug in Bewegung und es war zu spät. Während des Hals in Willisdien wechselte ich sofort das Abteil. Dabei schien mich niemand beobachtet zu haben, was auch nicht weiter verwunderlich war, denn es herrschte viel Betrieb auf dem Bahnsteig. McCoy hatte mich natürlich schon erwartet und während der Fahrt von Oisten nach Willisdien seinen ganzen Einfluss aufgeboten, um meinen Bruder auf das Treffen vorzubereiten und gegen mich einzunehmen. Noch nie hatte er sich so stur verhalten wie bei diesem Gespräch. Ich versuchte dies und jenes, malte ihm seine Zukunft in einem englischen Gefängnis aus, erzählte ihm von dem Kummer seiner Mutter, den sie bei diesen Neuigkeiten empfinden würde und tat alles, um sein Herz zu rühren. Es war zwecklos. Er saß da mit einem starren Grinsen in seinem hübschen Gesicht, während McCoy mich ab und zu verspottete oder ihn mit einigen Worten ermunterte, an seiner Entscheidung festzuhalten. Warum öffnen sie nicht eine Sonntagsschule? sagte er zu mir und im gleichen Atemzug zu ihm. Der denkt, du hast keinen eigenen Kopf, du wärst noch ein Kind, das auf den großen Bruder hören muss. Zeig ihm, dass du genauso ein Mann bist wie er. Diese Worte erbitterten mich aufs Äußerste. Wir hatten Willis den längst verlassen und waren schon eine Weile unterwegs. Nun war meine Geduld am Ende und zum ersten Mal in meinem Leben zeigte ich meinem Bruder meine bösartige Seite. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich dies schon viel früher und viel öfter getan hätte. Ein Mann! Gut, dass ich die Bestätigung deines Freundes habe, denn darauf wäre ich nicht gekommen, wenn ich dich als kleine Internatsschülerin herumlaufen sehe. Keine andere Kreatur im Land sieht verachtenswerter aus als du in deinem Puppenkostüm. Er errötete, denn er war ein eitler Mann, der sich nicht gern verspotten ließ. Es ist nur ein Staubmantel, sagte er und zog ihn aus. Es gab keine andere Möglichkeit, sie von meiner Spur abzubringen. Er nahm nun auch seinen Damenhut mit dem Schleier ab und legte dies zusammen mit dem Mantel in die braune Tasche. Wie dem auch sei, das brauche ich so lange nicht, bis der Zugbegleiter vorbeischaut, setzte er noch hinzu. Dann auch nicht, sagte ich, nahm die Tasche und warf sie mit aller Kraft aus dem Fenster. Nun wirst du keine Mary Jane mehr aus dir machen. Wenn nur diese Verkleidung deiner Anhaftierung verhindert hat, dann wirst du jetzt verhaftet. Das war der richtige Weg, mit ihm umzugehen, das merkte ich sofort. Der raue Umgang beeindruckte ihn weit mehr als meine beschwörende Ansprache zuvor. Er errötete vor Scham und seine Augen füllten sich mit Tränen. Aber auch McCoy erkannte, was vorging und versuchte, dazwischen zu gehen. So dürfen Sie nicht mit meinem Partner reden, schrie er. Er ist mein Bruder und Sie dürfen ihn nicht ins Verderben stürzen, erwiderte ich. Ich glaube, eine Zeit im Gefängnis ist der beste Weg, euch zwei auseinander zu bringen. Dafür will ich sorgen. Ach, Sie wollen uns verpfeifen? schrie er und zog seinen Revolver. Ich wollte mich auf ihn stürzen, um seine Hand zu packen, aber sah, dass es schon zu spät war. Ich konnte mich gerade noch zur Seite werfen, sodass seine Kugel mich verfehlte und stattdessen das Herz meines unglücklichen Bruders traf. Ohne einen Laut von sich zu geben, stürzte er zu Boden. McCoy und ich waren gleichermaßen erschüttert und knieten neben ihm nieder, um ihm nach Möglichkeit zu helfen. McCoy hatte noch den geladenen Revolver in der Hand, aber seine Wut auf mich und meine Verbitterung ihm gegenüber waren für den Augenblick verschwunden. Er erfasste die Situation zuerst. Aus irgendeinem Grund fuhr der Zug in dem Moment recht langsam und er sah eine Chance zu entkommen. Im Nu hatte er die Tür geöffnet, aber ich war so schnell wie er und stürzte mich auf ihn. Wir fielen vom Trittbrett und rollten uns gegenseitig umklammernd die steile Böschung hinunter. Unten angekommen, schlug ich mit dem Kopf gegen einen Stein und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich zwischen ein paar niedrigen Büschen und weit der Bahnstrecke. Irgendjemand betupfte meinen Kopf mit einem nassen Taschentuch. Es war Sparrow McCoy. Ich schätze mal, ich konnte sie nicht einfach so liegen lassen, sagte er. Ich wollte nicht, dass das Blut von euch beiden an meinen Händen klebt. Ob sie mir das nun glauben oder nicht, ich liebte ihren Bruder genau wie sie. Die Welt wird mir sehr leer erscheinen ohne ihn. Also ist es mir egal, ob sie mich an den Galgen liefern oder nicht. Er hatte sich durch den Sturz den Fuß verstaucht und mir tat der Kopf völlig weh. So saßen wir da und redeten, bis meine Verbitterung nachließ und ich sogar eine Art von Sympathie für ihn empfand. Was hatte es für einen Sinn, Vergeltung für den Tod meines Bruders von einem Mann zu fordern, der von dem Ereignis genauso betroffen war wie ich? Und dann, als mein Verstand langsam wieder anfing zu arbeiten, sah ich ein, dass ich nichts gegen McCoy unternehmen konnte, ohne dass dies auch auf meine Mutter und mich zurückfallen würde. Wie konnten wir McCoy anklagen, ohne die ganze kriminelle Karriere meines Bruders publik zu machen? Genau das wollten wir doch unter allen Umständen vermeiden. Es lag also durchaus nicht nur im Interesse von McCoy, sondern auch in unserem Interesse, wenn die Angelegenheit unter den Teppich gekehrt würde. So wurde ich schließlich zum Mittäter bei der Verschleierung vor der Justiz. Der Ort, an dem wir uns befanden, war eines der Fasanengehege, die so typisch für das alte Land sind. Als wir es langsam durchquerten, fragte ich auf einmal den Mörder meines Bruders, inwieweit es möglich wäre, die Angelegenheit zu vertuschen. Nachdem, was er sagte, gab es keine Möglichkeit für die Polizei, meinen Bruder zu identifizieren oder festzustellen, wie er dorthin gelangt war, sofern nicht noch irgendwelche Papiere existierten, von denen er nichts wusste. Er hatte seinen Fahrschein in der Tasche und auch den Beleg für weiteres Gepäck, das sie deponiert hatten. Wie die meisten Amerikaner fand er es billiger und einfacher, sich in London neu einzukleiden, anstatt viel Gepäck von New York mitzubringen. Die ganze Kleidung war also neu und ohne Herstelleretiketten. Die Tasche mit dem Mantel, die ich aus dem Fenster geworfen hatte, lag versteckt in irgendeinem Gebüsch, wurde vielleicht von einem Landstreicher gefunden und mitgenommen oder die Polizei fand sie, aber die Information wurde nicht weitergegeben. Jedenfalls habe ich in den Zeitungen nichts über sie gelesen. Die Uhren stammten aus der Musterkollektion, die ihm anvertraut worden war. Vielleicht wollte er das Geschäft im Manchester wieder aufnehmen, aber das werden wir wohl nie ganz ergründen können. Ich mache der Polizei keinen Vorwurf, denn ich sehe nicht, wie sie den Fall hätten aufklären können. Es gab lediglich einen kleinen Hinweis, den sie nicht verfolgt haben. Ich meine den kleinen runden Spiegel, den mein Bruder in der Tasche hatte. Ist es nicht etwas ungewöhnlich, dass ein junger Mann ein solches Ding mit sich herumträgt? Aber ein Spieler würde ihnen sagen, dass ein solcher Spiegel auf einen Fallspieler hinweist. Wenn man sich zurücklehnt und den Spiegel in den Schoß legt, kann man beim Austeilen jede Karte sehen. Es ist nicht schwierig, zu passen oder den Einsatz zu erhöhen, wenn man weiß, welche Karten der Gegner hat. Der Spiegel gehört zum Fallspieler, genauso wie das elastische Band mit der Klemme in McCoys Ärmel. In Verbindung mit den jüngsten Ereignissen in den Londoner Hotels hätte sich hieraus eine brauchbare Spur für die Polizei ergeben können. Ich denke, viel mehr muss nicht erklärt werden. Wir erreichten noch in dieser Nacht eine Stadt namens Emmersham und gaben uns dort als Wanderer aus. Danach setzten wir in aller Stille unseren Weg nach London fort. McCoy reiste weiter nach Kairo und ich kehrte nach New York zurück. Meine Mutter starb sechs Monate später und ich war froh, dass sie nie erfahren hat, was geschehen war. Sie lebte bis zuletzt in dem Glauben, dass Edward in London einer ehrlichen Tätigkeit nachging. Und ich hatte nie das Herz, ihr die Wahrheit zu sagen. Er schrieb nie, aber das war sie von ihm gewohnt. Sein Name war ihr letztes Wort. Es gibt eine Sache, um die ich sie bitten möchte, sozusagen als Dank für meine ausführlichen Erläuterungen. Sie erinnern sich sicher an die Bibel, die man fand. Ich trug sie immer in einer Inntasche bei mir, aber ich habe sie leider bei dem Sturz verloren. Sie ist sehr wertvoll für mich, denn es ist unser Familienbuch, das von unserem Vater angelegt wurde und auch die Geburtsdaten von meinem Bruder und mir enthält. Bitte sprechen Sie mit der zuständigen Stelle und veranlassen Sie die Rückgabe. Das Buch hat für niemanden sonst einen Wert. Wenn Sie die Sendung an X Bersanos Buchladen Broadway New York adressieren, werde ich sie mit Sicherheit erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020